Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du ein Titelbild für dein Dokument einfügen kannst. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos über Google Sheets, Google Slides und natürlich auch Google Docs. Und los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Es gab ein kleines Update für Google Docs und du kannst jetzt in Dokumenten im Seitenlos Design ein Titelbild für deine Dokumente hinzufügen. Und du musst natürlich dafür im Seitenlos Design sein und dein Dokument eben auch als Seitenlos Design logischerweise verwenden. Um ein Titelbild einzufügen, gehst du einfach auf das Einfügenmenü und dann auf den Punkt Titelbild als dritte Option hier im Menü. Und da hast du einmal die Möglichkeit, ein Bild von deinem PC aus hochzuladen. Das funktioniert dann genauso, wie du auch beispielsweise ein Bild von deinem PC, also ein ganz normales Bild von deinem PC im Dokument einfügen kannst. Aber du hast hier auch die Möglichkeit, aus Stockfotos auszuwählen. Und die Option möchte ich jetzt einmal zeigen. Da öffnet sich dann rechts hier ein Menü mit verschiedenen Stockfotos. Und da gibt es dann hier einige coole Motive. Du hast auch die Möglichkeit, hier aus Kategorien auszuwählen, zum Beispiel Arbeit oder Struktur oder Reisen. Und dann kannst du hier eben verschiedene Motive auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal ein Bild aus, drücke einfach nur auf das Bild, also klicke einmal auf das Bild. Und schon wird mir hier dieses Bild im Seitenlos Design eingefügt. Und das ist dann quasi hier oben sozusagen als Kopfzeile so ein bisschen, wird das eingefügt. Und ich habe dann hier eben, sieht man schon, dass ich eben hier diese abgerundeten Ecken habe, links und rechts. Und dass sich das Bild eben auch anpasst, je nachdem, wie breit der Monitor beziehungsweise das Dokument ist. Wenn ich jetzt hier rechts das Stockfotos-Menü wegmache, sieht man auch, dass das Bild breiter wird. Also es wird mehr von dem Bild gezeigt. Und das ist natürlich auch wichtig zu beachten, wenn du ein eigenes Bild hochlädst, damit das Ganze gut aussieht, sollte es natürlich eine einigermaßen hohe Qualität haben. Wenn du jetzt dieses Bild anklickst, hast du dann unten links am Bild noch weitere Optionen. Zum einen die Möglichkeit, das Bild zu ersetzen. Da kannst du dann einfach draufklicken und eben nochmal ein anderes Bild vom PC auswählen oder ein anderes Stockfoto. Du hast die Möglichkeit, das Ganze neu zu positionieren. Wenn du da draufklickst, aktivierst du sozusagen die Funktion, dass du es positionieren kannst. Und dann kann ich auf dem Bild einfach mit der Maustaste draufklicken und kann das Bild verschieben. In meinem Fall jetzt eben hier nach oben und nach unten. Und dann kann ich da quasi eine ganz eigene Perspektive auswählen. Zum Beispiel, wenn ich hier eben den ganzen Himmel mit draufhaben möchte oder eben nur diese Blumen quasi. Dann kann ich das hier eben mit ziehen nach oben und nach unten auswählen. Und so kann ich dann hier eben noch das Bild auch individuell für mich anpassen. Um diese Funktion quasi wieder zu deaktivieren, könnt ihr einfach in das Dokument klicken. Dann wird das Ganze, seid ihr quasi aus dem Menü für das Titelbild wieder raus. Wenn ihr das Bild wieder anklickt, habt ihr hier noch die Möglichkeit, einen Alternativtext hinzuzufügen. Ein Titel für das Bild beziehungsweise auch eine Beschreibung. Also es ist auch ganz nützlich, wenn ihr das eben benötigt. Und ihr habt die Möglichkeit, das Bild wieder zu löschen. Wenn ihr da draufklickt, ist das Titelbild einfach weg. Mit STRG Z mache ich das Ganze jetzt einmal wieder rückgängig. Und dann habe ich hier mein Titelbild. Und so könnt ihr dann ein Titelbild für eure Seitenlos-Dokumente in Google Docs einfügen. Was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, wenn ihr euer Dokument im Seitenlos-Design exportieren möchtet, beispielsweise als PDF, dann seid euch bewusst, dass natürlich dann Seiten eingefügt werden automatisch von Google Docs. Und dann wird das Bild quasi auch einfach nur in das Dokument eingefügt. Und es sieht nicht so schön breit aus wie hier in der Darstellung im Seitenlos-Design. Das noch als Hinweis zum Schluss dieses Videos. Das war es dann auch mit dem Tutorial. Und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge? Schreibe es gerne in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Let me see you. Hold it down. We gon' have a blast. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.